Diese Männer hatten alle dasselbe todsichere Investment. Die Bank gewinnt immer. Bei derselben Bank. Ey, wenn ich diesen Anlageberater noch einmal sehe, dann... Ich wollte immer nur das Beste von meinem Kunden sagen. Sag auf Wiedersehen zu deinen Eiern. Scheiße, Mann, ey, du hast den umgebracht. Was? Ich hab ihn nicht angefasst. Sein Stuhl ist mit ihm rausgesprungen. Ich war das nicht. Der Bankdirektor hat meine Konten sabotiert. In der Bank. Da liegen jeden Tag ein paar Millionen Cash. Wow, ey, was ist das denn? Sie leitet die Spezialeinheit für Banküberfälle. Hier ist der Plan. Wir stürmen da rein und hauen jedem die Scheiße aus dem Leib. Das ist brillant. Das ist echt brillant. Gegen dich sieht sogar Einstein aus wie ein Sonderschüler. Ein blöder Spruch an Einstein. Du knüpft dir deine Goldlöckchen an deinem Arschloch fest. Halt dir beim Sprechen mal lieber dein Gebiss fest. Im Gegensatz zu euch habe ich noch mein ganzes Leben vor mir. Das kann aber ganz schnell zu Ende sein. Ein paar Tage Geduld und J-Pod. Ist gut, oder? Ja, ist gut, ja. Exakt um 11 Uhr, wenn Kurt mal in eine Rasse der Toilette geht, veranstaltet Christen im Plantermult. Wurde den Banken! Ich bin inzwischen hier und warte, dass ich von unserem kleinen Scheißer die Zahlenkombination wurde. Den Kurt. Ich warte auf das Zeichen von Max. Und schwupps. Ich bin nicht im Fluchtwagen. Und jetzt geht alles ganz schnell. 4, 5, 3, 7, 7, was? Fuck! Und wir verlassen die Bank durch diesen Ausgang. Und ich auf euch warte. Was müssen wir? Und mit euch dazu verschwinden. Das scheiße Ding ist ausgegangen. Los, die Maschine! Wir hätten das vorher üben sollen. Sie sehen bezaubernd aus. Danke. 4 gegen die Bank. Ein Wolfgang Petersen-Film. Erbrennt! Okay, Jungs. Wer hat die Taschen?